Hallo liebe Traderinnen und Trader, es ist Mittwoch der 6. Juni und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu den täglich neuen Handelsideen hier bei Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich gebe Ihnen hier wie jeden Handelsmorgen ein paar Einblicke in meine Gedanken rund um die Welt der Charts. Und ich freue mich auch viele Live Zuschauer heute wieder hier direkt auf Facebook begrüßen zu dürfen. Es ist immer toll, wenn ich auch sehe, dass jemand direkt dabei ist. Wenn Sie mögen, nutzen Sie ruhig auch die Möglichkeit und die Chance direkt hier live im Webinar auf Facebook die ein oder andere Frage zu einem Chart zu stellen. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Guten Morgen, Elena auch an dieser Stelle auf dem Weg gegeben. Dann starten wir wie immer mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs, das wissen Sie, das Ganze auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren in diesem Zusammenhang natürlich auch Kapital zu verlieren. Zum Thema auch Handel auf Margin. Da gibt es ja einige gesetzliche Änderungen mit der S-Wart. Da werden wir Sie natürlich auch an dieser Stelle in Kürze informieren. Im Newsletter bekommen Sie als unserer Kunden dann auch noch die Information, wann ich hier das Webinar veranstalte, um Sie rund um die Änderungen im Thema Marginhandel hier zu informieren. Aber genug der Sachen, was in gesetzlicher Seite auf uns zukommt. Viel, viel interessanter ist doch, was wir traden können. Und da passieren an den Märkten momentan wieder sehr, sehr schöne Dinge. Ich hatte es in der Handelsvorbereitung auch geschrieben. Wenn wir mal ins Öl beispielsweise gucken. Öl ist ja jetzt eine ganze Weile gefallen. Wir haben es im Tagesschat gesehen. Wir haben hier untergeordnet sogar einen Abwärtstrend gehabt. Und gestern war mal so ein Tag nach gut 5% Kursrückgängen in Folge, wo wir eine ordentliche Umkehrkerze hatten. Und der Markt reagiert mittlerweile auch positiv auf diese Kursumkehr. Auch das sehen wir auch in der Stunde. Das ist ein spannender Sektor momentan. Warum? Ganz klar, der Abwärtstrend in der Stunde hier ist erst einmal gebrochen. Das steht erst einmal für eine gute Gegenreaktion. Das heißt, wir haben zwar noch keinen Aufwärtstrend, aber der Abwärtstrend ist erst einmal zu Ende. Gibt es dann, wir gucken gleich auch auf die Nachrichten, positive Nachrichten vom Ölmarkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass wir hier diesen Widerstand hier oben um die 65, 85 auch nach oben übertreten und der Markt dann möglicherweise auch etwas weiter nach oben läuft. Wir werden sehen, was hier passiert. Nur das ist jetzt nicht der Fokus auf die Dinge, die ich im Blog geschrieben habe und eigentlich auch gar nicht die richtige Reihenfolge für das Webinar. Aber das brannte mir halt einfach unter Nägeln, weil ich hier den Ölpreis auch als Trade auf meiner eigenen Watchlist für heute liegen habe. Das wollte ich einfach hier an dieser Stelle auch einmal mitgeben. Was machen wir jetzt? Na klar, wir gucken auf die Nachrichtenseite, weil die Nachrichten ja für die Planung des Handelstages auch sehr, sehr wichtig sind. Sie sehen es auch heute wieder. Ganz so viel an Nachrichten gibt es nicht. Wichtige Nachrichten für das Öl, wir hatten es gerade gesehen, sind die rohe Lagerbestände. 16.30 Uhr deutscher Zeit bekommen wir die aus den USA. Die Prognose ist hier ein Rückgang von knapp 1,8 Millionen Barrel Öl. Wir werden sehen, wie es hier läuft. Um 14.30 Uhr gibt es dann noch aus den USA die Informationen zu den Exporten, zu den Importen und die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft für das erste Quartal. Und dann natürlich auch die Handelsbilanz für den April. Ist ja auch immer wichtig, wie so eine Ökonomie sich bewegt, wie sie wächst oder schrumpft. Und das gibt dann natürlich auch Einblick in die Handelsbilanz. Dann gibt es noch die Lohnstückkosten, steigende Lohnkosten, fallende Lohnkosten. Auch das ist immer sehr, sehr interessant für die Händler, die auch Analysen abgeben, wie es für eine Wirtschaft auch laufen wird oder laufen kann. Und wir haben ja gerade heute Nacht in den Nachrichten auch erfahren. Ich glaube, irgendwann heute Nacht oder am späten gestrigen Abend kam die Information, dass die Wirtschaft wohl in 2018 weltweit noch ganz gut wächst. Ich habe jetzt auf der Stelle gleich vergessen. Ich glaube, die Weltbank war es gewesen, die die Prognose abgegeben hat, wo gesagt wurde, in 2018 Wachstum weltweit 2,8. Im nächsten Jahr 2019 dann etwas gebremsteres Wachstum. Wir werden sehen, was es da gibt. Aber die großen, wichtigen Einschätzer dieser weltwirtschaftlichen Situation, die sehen so erste Hinweise darauf, was so die Wirtschaft verlangsamen kann. Das hat auch was mit den Zinsen zu tun. Möglicherweise gibt es dann im Jahr 2019 auch etwas im Zinsbereich hier bei uns in Europa wieder. Das kann dann entsprechend auch auf die, sage ich mal, Kosten drücken, die Kreditkosten steigen in diesem Moment. Und das kann dann wirtschaftliche Folgen in gewissem Maße auch haben, wenn das zu viel wird. Wir werden sehen, wir lassen uns überraschen. Aber wir haben so die ersten, die ersten, sage ich mal, Stimmen, die da sagen, die Bäume wachsen nicht unbegrenzt in den Himmel. Und das sollten wir irgendwo auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, was denn da kommen kann. Weil diese Dinge werden natürlich in der Regel von den Märkten auch immer frühzeitig eingepreist. Und deswegen ist es gut, solche Dinge auch in die Planung der eigenen Handelsstrategien auch mit einzubringen. Selbstverständlich ist das nicht ganz so wichtig für die extrem kurzfristigen Trades, aber es ist wichtig hier zu wissen. Nur, ab geht's in die Charts. Und zwar starten wir mit dem Austral-Dollar Schweizer Franken. Weiter vorbereitet habe ich, Sie konnten es im Blog auch lesen, Euro polnischer Slotty und Neuseeland-Dollar japanischer Yen. Und ich habe jetzt für Sie hier vorbereitet den Chart vom Austral-Dollar Schweizer Franken. Das Ganze schauen wir uns auch wieder im Tageschart an. Was ist hier an dieser Situation interessant? Wir haben hier eine sehr, sehr spannende Gegend, einen spannenden Bereich hier oben. Um diesen blau markierten Bereich. Das hier oben ist der Markt, wo er schon häufig in diesen Widerstand hier oben eingedrungen ist. Innerhalb auch dieser Aufwärtsdynamik, die wir hier gehabt haben, haben wir hier immer wieder neue Versuche gehabt, reinzulaufen, die immer wieder darin geendet haben, dass der Markt nach unten hin abgeprallt ist. Wir haben gestern an dieser Stelle wieder genau die gleiche Situation gehabt und diesen starken Abverkauf gestern Intraday auch gesehen. Und da ist es immer interessant und wichtig zu beobachten, was passiert denn jetzt hier in den kleineren Zeiteinheiten. Das beißt beispielsweise auch in der Stunde. Weil wir sehen, durch diese großen Kerzen, die wir hier haben, haben wir auch ein gewisses Maß an Volatilitäten. Und da gibt es halt auch in der Stunde doch sehr, sehr starke Preisschwankungen, die uns den Handel sozusagen aus dieser Richtung in guten Teilen vereinfachen, aber teilweise auch schwieriger machen durch diese starken Schwankungsbreiten, gerade wenn man das Stoppmanagement zu weit legt in diesem Bereich. Was ist hier wichtig, interessant, ist, dass wir diese Kerze hier unten, ich ziehe mal den Pfeifersie noch kurz etwas tiefer, diese, ich meine diese Kerze hier, diese rote, das ist die Tageskerze entsprechend von gestern gewesen. Und hier haben wir einen doch starken Abverkauf gehabt. Was ist da gestern passiert? Schauen wir uns das Ganze im Stundentrend mal an. Wir hatten hier sozusagen den Auflauf im Stundentrend. Und hier sehen Sie es, der Stundentrend hat sich massiv nach unten bewegt, hat also diesen Aufwärtsschub hier, diesen Trend hier, erst mal deutlich gebrochen. Und jetzt ist es halt so, jetzt sind wir wieder in diesen Bereich oben reingelaufen. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich hier das Signal, dass dieser Move nach unten sich wiederholt. Das heißt, dass wir hier weiter Schwäche sehen und unter das Tief von gestern auch drunter laufen. Das kann jetzt hier durch einen Untertrend im Stundenschart passieren. Der kann aber auch einfach nach unten durchgehen. Die Volatilität würde das entsprechend auch zulassen, die wir hier in diesem Titel haben. Wichtig ist halt, dass wir sehen für die Planung in dieser Handelsidee, dass der Markt hier schön nach unten laufen kann und der Markt hier sehr, sehr gut diese Unterstützungsniveaus hier unten anlaufen kann. Und wir haben es ja auch gesehen, der Markt ist hier heute in der Nacht schon mal reingelaufen und hat von diesem Markt wieder nach oben oder von dieser Marke wieder nach oben abgeprallt, hat aber jetzt in der aktuellen laufenden Tag hier auch ein tieferes Hoch gemacht. Das heißt, dieser Widerstand hier oben, der hat schon eine gewisse Relevanz und eine gewisse Aussagekraft. Dreht das Ganze wieder weiter nach unten rum, haben wir als Anlaufpunkte wieder hier unten erst mal dieses Niveau um die 0,74,788 und sollte das weiter nach unten durchbrochen werden, dann könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung kommen, hier in die Unterstützungen rein. Wir haben hier unten den Tiefkurs des Montags ist das hier, diese Kerze bei 0,74 um die 7. Dann haben wir hier das nächste Tagestief vom Freitag letzter Woche bei 0,74245 und dann hier unten schon die nächsten Tiefs. Also Sie sehen, worauf ich hinaus will. Hier ist ein Bereich, der kann doch durchaus für Beachtung sorgen und wir sozusagen nach unten weiter angetrieben werden. Das sehen wir dann, indem der Stundentrend, ich blicke noch mal ganz kurz in den Stundentrend hin, der würde sich dann sozusagen hier nach unten fortsetzen. Das heißt, das, was wir jetzt hier haben, ich male das mal im großen Bild in den Chart ein, wäre dann sozusagen die Dynamik, die wir hier nach unten sehen wollen. Und das im kurzfristigen Bereich könnte man das durchaus schon nutzen, um nach unten zu traden, weil wir in diese Richtung wieder reinlaufen. Das heißt, wir sind weit nach oben herangelaufen und prallen jetzt hier oben sozusagen ab. Und wenn sich diese Tendenz fortsetzt, also bitte nur, wenn sich diese Tendenz fortsetzt, dann sehen wir diesen Weg nach unten auch laufen. Das kann man auch sehr schön sehen, wenn man sich die etwas kleineren Zeiteinheiten auch anschaut. Also was jetzt in diesem Maße hier sozusagen wichtig wäre, wenn man die Stunde sieht in ihrem weiten Rücklauf, da sehen wir jetzt in den 15 Minuten zum Beispiel hier diesen Aufwärtstrend. Und da wäre es wichtig, dass sich hier in den 5 Minuten sozusagen ein Abwärtstrend bildet. Wir haben die letzte Bewegung hier im 15 Minuten Chart. Ich zeichne das auch gleich mal ein. Da hat sich untergeordnet auch ein Trend gebildet, sozusagen ein Bewegungstrend. Dieser Bewegungstrend ist jetzt erst einmal gebrochen. Das heißt, wir stehen momentan in der Korrektur von diesem Aufwärtstrend. Und wenn wir dann in der kleinsten Zeiteinheit, hier in den 15 Minuten beispielsweise unter dieses Level drunter laufen, dann haben wir die erste Situation gegeben, dass wir in der Stunde sozusagen dieses Umkehrmuster haben. Das heißt, durch die 15 Minuten, dass der Markt hier unten drunter gelaufen ist. Und dann würde sich dieses Bild etwas runter machen, dass wir eine Bestätigung sozusagen haben, dass der Markt hier aus diesem Bereich heraus nach unten Stück für Stück wegläuft und wir sozusagen die Dynamik auf die Unterstützungen hier unten bekommen. Das ist das eine Szenario. Das steht im Raum. Das zweite Szenario ist, dass der Markt hier oben jetzt so oft gebrochen hat, dass irgendwann Stärke aufkommt. Das kann auch durch eine Wirtschaftsnachricht oder was auch immer sein. Und wir plötzlich doch die Käufer in der Überhand sehen. Das wäre dann der Lauf, dass wir hier diesen Bereich überschreiten könnten. Und das wäre auch ein Szenario, wo wir für das kurzfristige Trading auch mal auf die Hochs der Vortageskerzen schauen sollten. Und sehen Sie, wir haben hier entsprechende Hochs in den Vortageskerzen drinnen. Das heißt, wir haben einmal hier um die 0,75,645 ein Hochliegen und dann hier oben bei 0,75,834. Und dann haben wir ein kurzes Stückchen drüber schon wieder die nächsten Tageshochs liegen. Also das heißt, Sie sehen, in diesen Bereichen liegen einige Anlaufpunkte, die gerade von kurzfristigen Tradern im Intraderhandel sehr, sehr gern beachtet werden. Und das könnte dann natürlich einen Move nach oben geben, den der Markt hier in diese Richtung sozusagen auch vollziehen kann. Und das wäre dann sozusagen das Szenario für die obere Bewegung, dass der Markt nach oben läuft. Und da würden wir natürlich erst mal in der Stunde wieder die Situation sehen, dass der Markt hier entsprechend nach oben läuft. Das heißt, dass sich dieser Schub, dieser Aufwärtstrend dann hier in der Stunde fortsetzt. Die haben auch noch einige Anlaufpunkte drinnen. Und das wäre dann das Alternativ-Szenario, was an dieser Stelle auch entstehen würde. Ich schaue jetzt gleich mal in den Chart auch rein, ob es Fragen gibt. Ich sehe viele Hallos, ein großes Hallo in die Runde zurück. Ich freue mich allen einen schönen guten Morgen und auch ein schönes Hallo in die Runde. Wie schon gesagt, wenn Sie hier dabei sind und Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, stellen Sie die Frage ruhig direkt in den Chat hinein. Ich gucke es mir an, ich gucke regelmäßig rein und dann kann ich den ein oder anderen Wunschmarkt für Sie sehr, sehr, sehr gerne auch mit besprechen. Ich würde sagen, wir wechseln dann an dieser Stelle nach den beiden Szenarien hier für den Austral-Dollar-Schweizer-Franken in den nächsten Chart hinein. Und zwar habe ich für Sie angeschaut den Euro-Polnischen Slot. Da ist auch immer einiges an Bewegung drin. Eine Währung, die viele gar nicht so stark auf dem Schirm haben. Aber nichtsdestotrotz ist es doch eine interessante Situation, die wir hier haben. Auch Ausrichtung der Trends. Sie merken, ich schaue immer wieder auch auf Trends in den Märkten, weil halt extrem viele Handelsszenarien aus Trends heraus gehen. Und aus diesem Grund ist es halt wichtig, dass man diese Trends lesen und beachten kann und auch beachtet in seiner Planung. Wir haben jetzt hier einen Markt, der ich habe den großen Trend hier mal eingezeichnet, um den es mir hier geht, der jetzt recht tief korrigiert hat. Ich habe mir hier die Levels entsprechend mal etwas angepasst, was so die klassischen Fibonaccis sind, um einfach mal zu sehen, wie weit ist denn die Bewegung gelaufen. Und Sie sehen, wir sind jetzt hier von der letzten Bewegung schon sehr, sehr tief korrigiert. Also wir sind hier in den Bereich von über 60 Prozent reingelaufen und haben gestern hier eine erste Umkehrkerze in diesem Markt gehabt. Und das ist ein interessantes Niveau, weil diese Umkehrkerze auch hier in einem Unterstützungsbereich entstanden ist, wo der Markt einfach hier aktuell zumindest nicht weiter nach unten wollte. Und Sie kennen das ja mittlerweile auch, wenn so eine Kerze entsteht, die muss natürlich nach oben hin bestätigt werden. Das heißt, wir brauchen hier weiter steigende Kurse, damit wir dann entsprechend die oberen Punkte auch anlaufen können. Die oberen Anlaufpunkte oder Widerstände, die liegen dann wiederum in den Bereichen hier, wo wir auch Tageshochs liegen haben. Sie sehen das hier, das sind immer sehr, sehr schöne Anlaufpunkte. Und wenn wir aus so tiefen Korrekturen rauskommen, haben wir halt auch viel Möglichkeit, nach oben in den Markt hineinzulaufen. Und wenn wir uns das Ganze mal im Stundentrend auch anschauen, dann haben wir hier die interessante Situation, dass wir gestern hier oben schon reingelaufen sind in den Bereich, in den wir hier schon mal einen Widerstand hatten, beziehungsweise eine kleine Pausierung sozusagen. Wir hatten hier eine Trendbewegung nach unten, hatten hier eine leichte Pause und dann ist der Markt noch einmal hier in diesen unteren Bereich gelaufen, wo er dann eine Bodenbildung sozusagen gemacht hat und von dort aus nach oben gestartet ist. Und die Bestätigung dieses Signals, was wir gestern in dieser Tageskerze gesehen haben, die würde dann kommen, wenn der Markt sozusagen an Stärke gewinnt. Und hier nach dieser Korrektur nach unten, in der er jetzt gerade ist, die kann auch noch ein Stück weit tiefer laufen. Schön wäre es natürlich, wenn der Markt stark bleibt und direkt hochläuft, wenn wir dann hier in diesem Chart die Bildung des Aufwärtstrends sehen würden. Wobei man auch sagen kann, für die kurzfristigen Händler ist das, was jetzt hier unten passiert, auch eine relativ interessante Geschichte. Und zwar aus Sicht der Tatsache, dass wir hier einen seitwärts laufenden Kanal haben. Das habe ich ja hier auch schon das eine oder andere Mal angesprochen. Das sind so diese Ranges. Und wenn hier ein Bruch kommt und der vielleicht sogar noch in die Richtung nach oben geht, dass wir sozusagen die Dynamik hier reinbekommen, dann wäre das natürlich auch ein frühes Zeichen vom Markt, hier rauf zu gehen. Und das wäre dann das erste Signal, dass wir hier nach oben laufen wollen und hier dann in der Stunde sozusagen den Aufwärtstrend bilden. Und wenn wir das dann gebildet haben, dann wäre es das Szenario, dass wir hier die Bestätigung dieser Kerze bekommen. Ich nehme mal ganz kurz die Zeichnungen hier aus diesem Chart wieder raus, damit wir im Tagesschart auch ordentlich was sehen, damit wir hier auch die richtigen Kerzen im Blick haben. Das heißt, wenn der Markt hier oben raus läuft, dann haben wir hier schön die Dynamik. Und das wäre dann eine tolle Bestätigung für den Anlauf. Und das ist dann das Szenario, wo wir die Wahrscheinlichkeit haben, dass die Bewegung in Richtung dieses übergeordneten Aufwärtstrends wieder aufgenommen wird und wir dann schön nach oben laufen können. Und auf der anderen Seite, Sie sehen es auch selbst, wir haben erst etwas mehr als 60 Prozent dieser Bewegung korrigiert. Es kann natürlich auch immer wieder passieren, dass der Markt mal tiefer korrigiert. Wir haben das hier in diesem Trendverlauf ja auch schon gesehen. Hier in dieser zweiten Bewegung, nein, das war der erste, genau, nach der zweiten Bewegung sind wir in etwa zu 50 Prozent korrigiert. Nach der ersten Bewegung haben wir viel, viel tiefer korrigiert in sozusagen den Markt hier unten rein, wo wir sozusagen ganz weit reingelaufen sind und die Korrektur viel tiefer gelaufen ist. Und das ist halt ein Punkt, der kann hier natürlich auch passieren, dass die Korrektur noch tiefer läuft. Sollte das der Fall sein, dann wäre es natürlich doch relativ schön, wenn wir hier sozusagen dann wieder den Stundenchart betrachten. Dann käme es nämlich nicht zur Bestätigung von dieser Kerze, sondern der Stundentrend würde sich wieder abwärts entwickeln und wir könnten dann die Dynamik noch ein Stück weit nach unten traden. Wohl wissen, dass der Markt jederzeit rumdrehen kann, aber das Szenario ist dann durchaus da. Und da gilt wieder hier dieser erste grün eingezeichnete Unterstützungsbereich als wichtige Hürde. Wenn das gebrochen wird, dann wäre das das Szenario, dass die Korrektur doch noch weiter nach unten läuft. Und dann hätten wir hier nächste Anlaufpunkte. Sie sehen es wieder. Tagestiefs, die relativ nahe liegen. Wir haben hier diese Unterstützungsbereiche in diesen massiven Bereichen unten rein, wo diese starke Unterstützung ist, wo auch das letzte Korrekturtief hier reingelaufen ist. Das wäre dann sozusagen ein sehr, sehr schöner Abschlag. Wie schon gesagt, jetzt ist schon ein ordentlicher Abschlag da. Es kann auch noch tiefer gehen. Und wenn dann der Markt wieder rumtritt, haben wir noch mehr Potenzial nach oben. Also Sie sehen hier interessante Wendungen hier in diesem Fall. Ein sehr, sehr spannender Kursbereich in diesen Markt auch mit hinein. Damit schauen wir auch direkt mal in den dritten Markt hinein. Das dritte Währungspaar. Da habe ich für Sie vorbereitet den Neuseeland-Dollar, japanischer Yen. Auch hier werfen wir zuerst einmal einen Blick in den Tagesschart hinein. Und hier sehen wir, wie wichtig es ist, dass man sich auch immer zwei verschiedene Handelsszenarien macht und auch prüft, wie der Markt das sozusagen auch veranstaltet. Das heißt, was der Markt in diesen Situationen macht. Weil wir haben immer wieder so Umkehrkerzen oder hier sowas wie eine Art Doji-Kerze mit kaum veränderten Kursen und eine Lunde und dann dort an der Kerze, an der Verortung in dieser Stelle, in diesem oberen Widerstandsbereich. Sowas nicht einfach blind traden, sondern wirklich hinschauen, was macht denn der Markt. Weil sowas muss dann auch bestätigt werden. Und wir haben jetzt hier diesen sehr, sehr hohen Rücklaufbereich auch gehabt. Und die Grundidee von gestern ist hier gewesen, wir haben übergeordnet hier einen abwärtslaufenden Markt. Wenn der Markt dieses Ganze hier bestätigt, dieses Kursmuster, dann wäre das der Anbeginn einer neuen Bewegung nach unten gewesen. Und wir hätten dann aus dem Stundenchart gezogen ein paar Anlaufpunkte nach unten gehabt. Das heißt, hier diese Unterstützungsbereiche um 76 knappe 6. Dann haben wir hier die 76 285, die 76 049 und dann hier dieser Bereich von 75 663 gehabt. Das war gehabt. Sie hören es auch an meiner Formulierung. Szenario B wäre aber auch immer dann, wenn wir so starke Rückläufe bekommen, kann es auch passieren, dass der Markt sich darauf vorbereitet, den vorgehenden Trend entsprechend zu brechen. Und das ist das Szenario, was der Markt hier momentan macht, weil wir haben hier oben in diesem Bereich, wo dieser erste Pfeil ist, das habe ich mit Absicht auch so markiert, um die Marke von, wo haben wir das hoch von 77 479 in diesem Bereich. Da haben wir ein Hoch gehabt und das ist das Korrekturhoch. Und wenn dieses Korrekturhoch gebrochen wird, dann haben wir hier erst mal einen Markt, der trendlos ist. Und wir haben jetzt eine schöne Dynamik nach oben gehabt, die hier rausgegangen ist. Setzt sich das Ganze fort, dann haben wir natürlich eine komplett neue Ausgangslage in diesem Markt und wir müssen den Markt komplett neu bewerten. Und da macht es jetzt an dieser Stelle Sinn, einfach auch mal in den Stundenchart beispielsweise hineinzuschauen und zu schauen, wie waren denn dort die Trendverläufe? Wo können wir aus den vorangegangenen Märkten auch Szenarien herausfinden, um jetzt in dieser Situation handlungsfähig auch zu sein? Und da sehen wir halt, wenn der Markt hier rausgelaufen ist in der Stunde über dieses Level, da haben wir in der Vergangenheit dann doch immer wieder Marken, die als Anlaufpunkte gelten können. Und hier könnte die aktuelle Marktstärke durchaus hier, Sie sehen es hier drüben, diese Punkte, ich mache das mal so, in diesem Bereich diese Punkte hier auch anlaufen, wo der Markt dann durch Dynamik nach oben geschoben wird. Also Sie sehen es, wir sehen hier mit Blick in den Stundenchart schon die ein oder andere Marke, in die der Markt dann, wenn er doch nach oben läuft, das heißt, wenn das jetzt hier kein Fehlausbruch gewesen ist, doch sich nach oben entwickeln kann und wir dann entsprechend an dieser Stelle andere Handelsszenarien auch entwerfen können. Deshalb habe ich im Blog auch geschrieben, das Grundszenario, die erste Idee, die mir hier in den Sinn gekommen ist, war tatsächlich die zu sagen, wir haben eine Umkehrkerze. Wenn diese Umkehrkerze bestätigt wird, dann haben wir hier im Sinne des Trendhandels den Start der neuen Bewegung mit den Anlaufpunkten auf der Unterseite und dann wenigstens mal den Anlauf hier unten, wenn dieser Trend sich fortsetzen möchte, unter diese Tiefs, die wir hier unten hatten. Aber deswegen auch der Widerstandsbereich hier oben, der Widerstandsbereich ist wichtig und für uns auch zu beachten, weil wenn der Markt hier drüber geht, dann müssen wir den Markt neu bewerten. Dann ist der alte Trend weg und das bringt uns dann in die Situation hier auch mit weiter nachzudenken. Also das ansprechend hier zu diesem Titel und dann schaue ich gleich nochmal in den Chat hinein, ob wir Fragen dazu haben. Ich bekomme die Frage auch, wie geht es mir? Ja, sehr, sehr gut. Die Märkte laufen momentan richtig schön. Für mich, das Trading macht Spaß. Wir haben Dynamik drin, wir haben Bewegung drinnen. Dann haben wir hier draußen auch noch schönes Wetter. Schönes Wetter ist immer gut für die Stimmung. Also alles Bestens. Ich hoffe auch, Ihnen geht es wunderbar. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für die vielen Zuschauer hier an dieser Stelle und lade Sie dazu ein, auch morgen wieder so gegen 8 Uhr auf der Website von Tickmill mal vorbeizuschauen. Da gibt es wie immer den Blog-Eintrag und wenn Sie mögen, das Ganze dann als Webinar entsprechend um 9 Uhr hier live auf Facebook zu beobachten bzw. dem Webinar auch direkt mit zuzutreten. Diejenigen von Ihnen, die das Ganze in der Aufzeichnung schauen, schauen Sie ruhig rein. Auf Tickmill, dem YouTube-Kanal, finden Sie das Ganze auch als Aufzeichnung bzw. hier auf Facebook steht es dann auch immer zur Verfügung. An dieser Stelle möchte ich mich ganz gerne bei Ihnen bedanken, wünsche Ihnen gute Trades, einen angenehmen Tag und bis morgen. Ihr Mike Seidel